ja hier hatte ich wieder Markus von Lappen.de vor allem heute 4 und wir sind im Golf von Oman sind wir DTC wer ist die normal? ich glaube das war das war das war Seconder Sold, genau jetzt weiß ich wie wieder Golf von Oman oh ich bin so blöd und hab wirklich einen kleinen Täter hab ich bei mir wow ok ok Da war er noch. Ich weiß es mir auch, mir erhundertprozentig ist sicher. Jetzt kommt der Sturm, hatten wir ja schon bei Field Hardline gesehen, oder bei Boop's Map. Ich weiß es mir auch, dass wir jetzt noch nicht mehr schocken können. Wow. Wow. Was ist das bei uns? What? No, man! Ja, das ist geil. 012. Stimmt, ich habe jetzt hier alles klären, wir bekommen. Yo. Ist der 3T. Und wenn ich da halt, dann kommt bald. Listen up! We're just into the right objective angle! Oh, ich habe Flughafter nicht gefahren. Ja, genau! Alter, der ist okay. Der ist einfach eine 7-0er. 8-0. Äh, bestimmt 7-0. Ja, ist... geil. 言... ... ... ... ... ... ... ... ich bin tot es braucht nur fünf Sekunden hey und ich natürlich steht er und der kommt natürlich dass ich mich sofort ich hab so'n Pech jetzt also Golfoman ist jetzt nicht meine Map ich glaube ich nicht ich weiß es mir aber alles immer ja ok genau ja genau ja 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 Scheiße, wenn ich die Gegner gesehen habe, aber du siehst, das ist das liebeste Nachteil. Ich habe sie hier gesehen. Mal gesehen. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den attackern wir jetzt auch, ja, das ist ja schön. Ich weiß nicht, wie ich ihn rumcampen, aber wo soll man sein? Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Boah, ich war doch schnell in der Hand. NET CODE! Biest man, was hat denn neuer Ping? Naja, 25, okay. Sagt alles anders. Ich hab noch einen schlechten, wie er voll verzogen hat. Ich gebe einen Blick dafür. Ich werde auch rechts hin. Ah, naja. Naja. Ich weiß nicht, wie er ist. Objektiv, bravo. Entschuldigung. Was ist das? Okay, hier haben wir auch Nice, 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 nice. Ich habe die Mausempfindlichkeit ein bisschen. Ich fand, das ist doch ziemlich langsam, aber das ging jetzt aber schnell. Bei der Fahrer kommt bald raus und dann... Da ist... Da ist... Ich bin oben... Ich bin oben... Ich bin oben... Ja, da ist ganz... noch mal so ein Zorn. Gibt es hier noch einen weiteren Aufgang, oder was ist da los? Das ist doch schon ein Zeichen. Das ist richtig, dass ich hier... Komm dir an der Rumpf? Wut Idioten Wut Woho Das sind viele Deshalb auch sterben Ich würde Ich würde Und M1 ist 10 Es ist echt ein bisschen gelegt Was Wut Ach Wut 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 Was Ich bin hier Fahrer nicht hier bleiben, fucking idiot Alter, was geht mit ihm ab, ey? Wer ist denn das? McLeffin Und jetzt sind wir sonst gern und hatten sehr gut mit dem KD Und heute haben wir jetzt das S-KD die ich gesehen habe Wer läuft das? Ich hab' nichts mehr zuerst gehört gehabt, ich hab' ziemlich schlecht Muss ich sagen Da schimmeln sie wieder Deiner Boden Immer am Schimmeln Oh ja Es passiert immer ein Schimmelz Eigentlich hätte ich noch besser gemacht Aber naja Man kriegt nicht immer extra Wüste Ja Wüste Ah Oh! Jetzt hat es geklappt, danke Oh ja Oh nein Jeze Ich hab' nichts mehr zu tun Los Wange Pear Eee ... это nicht so gut Aja Aja Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Es gibt nur 70 Tickets zu 0. Ich meine... Neu, ich... Äh... Halt die Fresse. Halt die Fresse. So, erst mal weggetan. Läuft es immer noch? Ja... ja ok ist mal geil ich hoffe dass nicht ewig die Musik gelaufen ist ich hoffe Alter muss ja alles nochmal auf aber egal 1410 äh 5400 Punkte sehr schön äh und ja Geil von Roman haben wir auch jetzt durch und ich sage dann wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge von Battlefield 4 Planzeit Minecraft Romtole war oder auch irgendwas anderes und ich sage dann bis dann und tschau